Schaffen wir es, mit diesem Auto den härtesten Parcours aller Zeiten zu überleben? Haltet euch gut fest und schnallt euch an, denn jetzt geht es ab! Okay, let's go! So, ganz vorsichtig und... Wow, es geht los! Wow, wir düsen rum! Wow, nein! Satz mit X, das war wohl nichts. Aber wir spielen heute den ultimativen Car-Obi mit vier Schwierigkeitsstufen, von einfach bis hin zu unmöglich. Und ob wir es schaffen werden, jedes einzelne Level zu bestehen, das werden wir heute zusammen herausfinden damit. Hey, Freunde, schön, dass du das wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, wir spielen heute zusammen den ultimativen Car-Obi, also den Auto-Obi, wo wir hier vier verschiedene Schwierigkeitsstufen haben. Einmal einfach, oh ja, mach mal vor, Freunde. Oh, 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 wie der Geflogen ist. Oh, ja, dann haben wir als nächstes, ähm, hier haben wir auf der anderen Seite Mittel. Ne, da wird schon mal ein bisschen schwieriger. Hart bis hin zu super hart. Oh, ja, und ey, eine Katze am Steuer? Hä, hast du überhaupt einen Führerschein, Kollege? Ich glaube, ey, 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 entspann dich. Der will mich überfahren. Der spinnt doch hier. Warte mal, ich steige einfach mal bei denen ein. Jojo, ab geht es, let's go. Oh, äh, mit einer Katze am Steuer. Äh, hast du überhaupt einen Führerschein? Ich hoffe, wow. Was geht da? Okay, er probiert direkt den super harten Orbi zu schaffen. Aber, Freunde, ich würde sagen, ich hab, ich hab Lebensangst. Ich will zurück. Ab geht es. Da sind wir wieder back am Start. Da haben wir schon mal unser Auto gespawnt. Und wir fangen als erstes so an. Hier mit dem einfachen Auto-Obi. Oh, ja, und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier über diese Rampe schwingen. Mit Anlauf fahren wir jetzt. Und, wow, und bremse, bremse. Leute, seid ihr angeschnallt? Wenn ja, dann kann euch nichts passieren. Und wir haben natürlich hier verschiedene Aussehen. Mit solchen, oh, ein SUV. Oh, da passt ja ultra viele rein. Jo, Leute, ab geht es. Hier ist euer Taxi da. Hey, passt mal auf. Hast du Tomaten in den Augen, ey? Wohin fährt der denn? Hey, soll ich dich mitnehmen? Steig, Alter. Ab geht es. Der steigt direkt aus. Der so, nee, nee, nee. Mit diesem Psycho. Wow, wow, wow. Fahre ich nicht. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle, Leute. Haltet euch einfach gut fest. Oh, wie knapp war das denn? Okay, jetzt müssen wir hier... Okay, okay. An diesen Stangen hier vorbei. Warte, können wir nicht einfach hier am Rand vorbei? Okay. Das klappt schon mal nicht. Ey, kommt schon. Das ist erst hier der Easy-Ombi. Ey, wir haben zwar das gleiche Auto gespawnt. Das ist doch hier der Einfach-Ombi. Also, so schwer darf das Ganze doch eigentlich nicht sein. Okay, Freunde, jetzt mit Konzentration. Okay, bremse, bremse. Brrrr. Er fällt auch runter. Ganz, ganz vorsichtig. Fahren wir jetzt hier über die Brücke rüber. Und okay, jetzt müssen wir quasi an diesen Stangen vorbei. Oh nein, ich glaube, wir haben nicht das beste Auto. Wir haben so ein großes Auto dafür. Ausgehört. Ich glaube, das ist voll gegen den Pfosten gefahren. So, alles gut. Ja, wir durchschlängen uns. Oh nein, gut hier durch. Okay, jetzt noch hier vorbei. Und dann, Freunde. Okay, let's go. Da haben wir das Ganze aufgeschafft. Und ab geht es. Wir fahren über die Rampe. Schnell bremsen. Oh, jetzt kommt hier Eis oder sowas. Ich glaube, hier. Oh, rutschen wir jetzt hier. Okay, ganz, ganz langsam. Alles gut. Alles gut, Leute. Dahinten. Jo, perfekt. Okay, jetzt müssen wir nur noch diese Stufen hier hoch. Diese Treppe hier. Oh, nach oben fahren. Komm schon. Ich glaube, was ist das? War das dann hier der Einfach-Ombi? Ich glaube, das gibt ein paar Kratzer. Ei, 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 ei. So, vorwärts, rückwärts. Und da haben wir es geschafft, Freunde. Und jetzt kommt die ultimative. Wow, Rampe. Und let's. Wow. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Let's go. Da haben wir es geschafft. Bam. Den einfachen Obbi. Und, warte mal, zurück zum Spanien. Und, wow. Was geht denn mit dem? Jo, alles gut. Zurück zu Spanien. Anstatt zum Spawn. Oh, wow. Wir sind die Spanien. Spanien. Okay, Freunde. Das war jetzt hier der Einfach-Ombi. Und wir können sogar... Was? Wir können eine Limousine spawnen. Yeah. Da sind wir in einer Limousine. Und dann würde ich sagen, Freunde. Mit der Limousine probieren wir jetzt hier den Medium. Also den mittleren Obbi hier zu bestreben. Okay. Rampe-Check. Und, ah nein. Da ist mir runtergefallen. Okay. Auch hier haben wir so einen Eisbereich quasi. Dass wir jetzt hier vorsichtig übers Eis fahren müssen. Und bloß nicht runterrutschen dürfen. Oh, das ist echt sehr, sehr rutschig hier. Aber, okay, okay. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und was? Was kommt jetzt als nächstes? Wir müssen jetzt... Oh nein. Wir müssen jetzt hier perfekt quasi geradeaus mit den... Oh nein. Mist. Ich habe es jetzt schon verbastelt. Nein. 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 Äh. Leute, ruft mir den Abschleppwagen. Ich glaube... Ich glaube, ich habe ein Problem. Oder, Freunde? Oh, was? Wir haben es doch geschafft. Okay. Okay. Wir haben es doch geschafft. Easy peasy. Lemons cheesy. Oh, oh. Oh nein. Ich glaube jetzt... Oh nein. Jetzt stecken wir aber wirklich fest. Oder? Oh nein. Okay. Wir konnten uns doch gerade retten. Einfach nur vorsichtig gerade ausfahren. Oh. Jetzt über die Brücke. Bloß hier nicht mit unseren Reifen hängen bleiben. Perfekt. Das haben wir... Was? Auch geschafft. Oh. Jetzt haben wir hier so eine unsichtbare Straße oder sowas. Genau. Wir müssen jetzt quasi hier den unteren Weg folgen. Auch hier ganz, ganz vorsichtig. Oh. Man sieht es so ganz leicht. Ihr seht es. Oh. Aber auch hier fahren wir jetzt. Äh. Bloß nicht runterfallen. Oh. Bremsen. Bremsen. Oh. Wir waren schon mit einem Reifen draußen. Aber, Freunde. Okay. Das haben wir auch geschafft. Okay. Weiter geht es alles. Ob wir... Kein Checkpoint. Das ist ja das Schwierige. Aber... Aha. 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 Easy peasy. Lemon squeezy. Und... Oh. Oh. Oh nein. Nein. Ne. Nicht ernsthaft, oder? Warte mal. Können wir einfach aussteigen und den Wagen anschieben oder sowas? Oh. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Ja. Ja. Komm schon. Ganz vorsichtig nach vorne fahren. Und jetzt. Bäm. Und okay. Ich glaube, das bringt nichts ab. Hier ist zurück nach Spanien. Wir haben hier sogar... Ah. Verschiedene Skins. Also verschiedene Autos. Ihr könnt euch einen Jeep kaufen. Dann würde ich sagen, komm. Lass mal probieren, den mittleren Obby hier mit diesem Jeep hier zu bestreiten. Let's go. Und dann würde ich sagen, spawnen wir das Ganze. Hey. Hey. Wer hat mich entführt? Hilfe. Hilfe. Ich wurde entführt. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Wer hat mich denn entführt? Ey. Du, Kollege. Lass mich hier sofort raus, ey. Ich glaube, wir sitzen sogar auf einem Kindersitz. Ey. Wir sind ein bisschen zu groß. Mein Kopf knallt gegen die Decke. Okay, Freunde. Vielleicht werden wir es ja mit ihm hier schaffen. Vorsichtig, den mittleren Obby hier zu bestehen. Ganz, ganz vorsichtig. Schalte runter den ersten Gang. Und dann... Oh, wie ein Profi. Wie ein Profi fährt der hier durch. Okay. Wenn du es jetzt schaffst, das Level zu benden, dann werde ich dich nicht anzeigen bei der Polizei, dass du mich entführt hast. Ey. Langsam. 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 Oh mein Gott. Der rusht hier durch. Wir kommen zum Unsichtbarkeitspart. Ey. Der ist voll der Profi. Guckt den euch mal an, ey. Der fährt hier wirklich. Als würde das hier nicht... Oh. Oh nein. Oh mein Gott. Das zum Thema Profi. Jetzt ganz, ganz... Oh nein. Langsam machen. Er ist total ungeduldig. Der so... Oh nein. Die Polizei sind da. Mir helfen dann doch mal. Der ruft die Polizei an. Oh nein. Nein, Freunde. Okay. Genau an der gleichen Stelle bin ich auch gefällt. Oh. Schafft er es noch, das Auto zu retten? Er ist ausgestiegen. Na super. Und warte mal. Was passiert jetzt mit uns? Wir haben keinen Fahrer mehr. Und warte mal. Drei. Zwei. Eins. Nein. Ab geht es. Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier. Oh. Mit unserem Jeep. So. Let's go. Da sind wir jetzt hier in unserem Jeep. Und hier sind wir letztes Mal gefällt. Dann würde ich sagen, ganz vorsichtig. Ja. Okay. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Ab geht es. Und jetzt bloß hier nicht runterfallen. Und perfekt. Okay. Okay. Weiter geht es. So. Wir müssen eigentlich immer nur korrigieren quasi. Und oh. Dann geht es da gleich schon ab nach unten. So. Jetzt vorsichtig. Oh. Hier drauf mit den Reifen. Bloß nicht hängen bleiben. Und let's go. Let's go, Freunde. Und jetzt geht es ab. Und... Nächster Versuch. Ab geht die Post. Und jetzt müssen wir... Oh. Let's go. Hier durch. Und wir haben es geschafft. Ha. Den mittleren Obby geschafft. Und jetzt würde ich sagen, Freunde. Wird es Zeit für meinen Urlaub. Ab geht es in Spanien. Hola. Da sind wir wieder back. Und jetzt würde ich sagen, Freunde. Okay. Was können wir uns noch gerne als nächstes? Wir können uns als nächstes... Oh. Einen Sportwagen kaufen. Und ich glaube, den brauchen wir jetzt auch. Denn jetzt geht es ab. Wir kommen jetzt zum schwierigen Part. Oh. Mein Gott. Wir spawnen das Ganze sofort. Hier unseren Sportwagen. Und... Oh. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, mit dem... Wow. Wie... Wie ist der denn? Hä? Warte mal. Der fliegt? Hä? Heckt der? Freunde. Was war das? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach durch die Luft geflogen. Yo. Steig ein, Richman. Ja, ja. Nur für die Reichen hier, Freunde. Und in so einem Sportwagen. Und jetzt würde ich sagen, ab geht es im harten Obby. Okay, okay. Die erste Rampe war schon mal easy. Oh nein. Jetzt müssen wir hier sogar lenken. Okay, Freunde. So. Oh. Nein. 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 Ich glaube, die Fahrt endet hier, Kollege. Weiter. Weiter geht es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen das Ganze hier... Oh. Ein bisschen. Oh, oh. Langsamer machen. Ja. So. Ach komm. Wisst ihr was? Let's go. Ey. Wartet auf mich jetzt. Yo. Bist du auch mal da? Komm, steig ein. Steig ein. Er hat einfach auf uns gewartet. Okay, die Brücke ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig. Hier müssen wir immer so rechts, links, rechts, links. Okay, perfekt. Und jetzt ab geht es hier mit der Mega-Rampe. Und alter, wie weit geht denn bitte der schwierige Parkour? Bist du da ganz hinten? Okay, das ist jetzt ultra hart, glaube ich. Vor allem, es gibt auch kein einzigen Checkpoint. So. Okay. Die Treppe, die kennen wir natürlich alle. So. Die können wir easy peasy nach oben gehen. Okay. Den nächsten Bereich, den kennen wir auch. Aber der schwierige Part geht so, so ultra lange. Okay, werden wir es schaffen, auch hier den ganzen hier bis zum Ende zu kommen. Halt dich gut fest. Kollege, du bist ja gar nicht angeschnallt, ey. Wenn wir angehalten werden, dann gibt es eine Strafe für mich, ey. Dann müssen wir jetzt hier an den Säulen vorbei. Ei, ei, ei. Das wird teuer. Der Spiegel ist kaputt. Ich hoffe, mein Auto ist hier gut versichert. Aber, oh. Okay, ja, ja. Wir haben es fast geschafft. Können wir hier durch? Let's go. Wir quetschen uns hier durch. Oh, was ist das jetzt hier? Ah, ist das wieder was Unsichtbares oder so? Ah, wir müssen wahrscheinlich wieder hier den Weg entlang fahren. Und diesmal sehen wir, glaube ich, die unsichtbaren Risse hier gar nicht. Also die Umrisse quasi. Und das bedeutet, es wird nochmal um zu schwieriger. Aber, Freunde, ohne große Probleme werden wir das Ganze auch schaffen. Aber wir fallen lieber ein bisschen rückwärts. Das wird jetzt hier bloß nicht runterfallen. Aber, Freunde, ich glaube, okay, let's go. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Achtung, oh, Achtung, festhalten. Und, yo, wo ist es jetzt hier? Oh, schnell bremsen. Bremsen, bremsen. Okay, okay, weiter geht es. Alles gut bei dir? Lebst du noch? Der hat es schon in die Hose gemacht, wahrscheinlich. Oh nein, jetzt müssen wir jetzt hier. Wir müssen jetzt hier. Ob geht es hier? Vorsichtig hier drüber fahren. Ich will bloß nicht zu schnell fahren. Weil eine falsche Bewegung könnte das Ende sein. Wir sind so weit. Wir sind so weit gekommen. Oh, bei diesem schwierigen Hobby. Aua, aua, mein Po tut weh. Aber, let's go. Oh, okay, okay, da geht es jetzt weiter. Oh, wir sind jetzt hier beim Eis. Oh, Bereich. Oh, wir sind fast ausgerutscht. Okay, der Eisbereich geht auch. Ich glaube, das Hobby ist gar nicht mal so schwer. Aber dafür kommen so tausend Sachen hintereinander. Oh nein, einzigen Checkpoint. Okay, ich würde sagen, Freunde, halt dich gut fest. Jetzt kommen wir zum Ende. Oh, driften. Wir driften jetzt hier. Yeah, yeah, yeah. Ab geht es hier. Oh, um die Ecke. Auf dem Eis. Aber ich glaube, dann sollten wir auch schön lenken. Links, rechts. Und dann sollten wir aber auch das geschafft haben. Okay, okay. Weiter geht es. Oh, jetzt nehmen wir Anlauf. Ab geht es. Sechster Gang. Wir schalten in den allerbesten Gang. Und jetzt müssen wir diese Rampe nach oben kommen. Oh, schaffen wir das überhaupt? Sind wir schnell genug? Sind wir schnell genug? Yeah. Boom. Natürlich sind wir schnell genug. Alter Schwede. Okay, okay. Es kommt jetzt wieder. Oh, dieser Part hier. Ganz, ganz vorsichtig. Keine falschen. Oh, Bewegung machen. Wir sind ein bisschen schnell. Wir sind... Nein. Nein. Oh, komm schon. Und let's go. Okay, wir haben es schon mal weiter geschafft. Und was? Was ist das denn jetzt hier? Sind da irgendwelche Hindernisse oder sowas hier im Weg? Okay, aber auch das werden wir schaffen. Also hoffentlich natürlich. Wenn wir einfach nur ganz langsam drüber fahren, dann komm schon. Dann schaffen wir das Ganze. Oh nein. Okay, ich glaube, wir dürfen aber auch nicht zu langsam. Oh, nein. 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 Bitte ruft jemand den ADAC und... Oh nein. Er hat auch gefehlt. Er ist auch stecken geblieben. Ja, na super. Da sitzen wir jetzt beide im Auto fest. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüber. Okay, jetzt sind wir hier beim nächsten Hindernis angekommen. Auch hier. Oh, fahren wir schnell rüber und let's go. Okay, okay. Da sind wir weitergekommen. Wir sind bei der Eisfläche. Oh, es geht aber noch so ein gutes Stück weiter entlang. Deswegen, oh, und ab geht es. Der Mega Drift. Neeeet. Okay. Und jetzt würde ich sagen, Freunde. Okay, ich glaube, wir müssen Vollgas geben. Wir müssen jetzt Vollgas geben. Wir drücken jetzt schon aufs Gaspedal drauf. Komm schon. Dass wir hier den Sprung... Oh nein. Schaffen. Wow. Oh nein. Nein. Oh. Oh mein Gott. Nein. 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 Oh, okay. Wir lehnen noch. Alles gut. Alles gut. Okay, aber ich glaube, wir brauchen Anlauf, damit wir den Sprung schaffen. Dann würde ich sagen, wir fangen von hier an. Und ich hoffe, wir werden überhaupt schaffen den Sprung. Und... So knapp. Okay, Freunde. Aber ich denke mal, das war jetzt hier der harte Kar-Obi hier. Und wir haben noch einen letzten vor uns. Einen finales Level. Nämlich den super harten. Und dafür spawnen wir uns das allerletzte Auto, Freunde. Was gibt es denn hier? Und... Was ist das hier? Hecktür? Warte mal. Was ist das denn hier für ein Auto? Das allerletzte Auto, was wir uns jetzt hier noch... Ka-ching! Freischalten können. Oh mein Gott. Das Schwierige war schon super, super schwierig. Aber, Freunde. Wie wird dann der super harten Modus aussehen? Oh mein Gott. Okay, als erstes, Freunde. Oh, mit diesem riesen Auto fahren wir eine Rampe. Und... Okay. Das war es schon. Wir haben jetzt schon vermasselt. Oder können wir doch irgendwie rückwärts fahren? Nee. Das geht nicht. Okay, ich glaube, das Auto... Das Auto ist einfach viel zu groß, was wir hier gekauft haben. Wir probieren jetzt nochmal. Wir probieren jetzt nochmal. Wir geben... Wow. Nicht auf. Was ist das denn für eine Schrottkarre? Ja, na, na super. Fliegende Reifen. Äh, warte mal. Können wir doch nicht mal fahren? Nee. Was soll das denn für ein Fail? Okay, dann würde ich sagen... Ob geht es so? Einmal bitte. Jawohl. Ein schönes pinkes Auto jetzt. Das ist doch stylisch. Und wir probieren es nochmal. Diesmal vielleicht nicht zu schnell. Und... Was? Das ist ja unmöglich. Schon der erste Sprung. Okay, wir brauchen ein neues Auto. Wir probieren es mit dem Abholung. Hier, let's go. Das Standardauto. Wir haben es geschafft. Okay, mit dem Jeep. Aber das ist erst der Anfang vom Anfang, ey. Das geht hier doch... Oh nein, kriege ich nicht ab. Alter, wie sollen wir denn jetzt hier drüber fahren? Hier ist es so... Die Balken sind hier... Oh nein, schon schrägen. Das ist super. Warte mal. Nein. Haben wir jetzt schon gefällt, ey. Links, rechts, irgendwas? Boah. Wir können vielleicht noch... Oh mein Gott. Rückwärts fahren. Alter, das ist ja wirklich unmöglich. Wir sind weitergekommen. Freunde, ihr seht es. Oh, wir haben jetzt diesen ersten Bereich geschafft. Und sind jetzt hier auf dieser Eisfläche hier angekommen. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das hat schon so lange gedauert. Aber, Freunde, wir sind doch immer noch am Anfang. Ihr seht es... Oh mein Gott. Was ist das? Ey, ey. Erstmal, wir kommen nicht mal... Ne, oh mein Gott. Ich habe keinen Bock mehr, Freunde. Komm schon. Jetzt müssen wir es doch einmal schaffen. Oh, Alter, Alter. Habt ihr das gesehen? Yo, first try einfach. Jetzt hier vorsichtig über die Eisfläche. Bloß nicht mit dem Reifen irgendwo hängen bleiben. Aber wir machen das gut. Wir machen das sehr, sehr... Ich hasse dieses Spiel. Komm schon. Und... Oh, ja. Okay, okay. Wir sind wieder beim Eisgebiet. Oh, das ist erst das allererste Hindernis. So, ganz, ganz vorsichtig, Freunde. Bloß jetzt nicht wieder hier irgendwo... Nein. Nein. Ich denke, bleib... Äh, Abschleppdienst. Hallo? Kann ich... Kann ich mich mehr abholen, Kopf? Oh, warte, warte. Aber ich denke mal, Freunde. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Das war jetzt hier der Cow-Obi. Von einfach, welchem wir geschafft haben. Bis über Mittel, bis über Hart, bis zum Ultraschwierigen. Und ich muss sagen, dieser Parcours wird wirklich super schwierig. Und dieser Obi ist hier einfach unmöglich. Äh, wir können einfach runterspazieren. Düp, 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 düp. Vielleicht werden wir es ja so schaffen. Ab geht es Vollgas. Und da würde ich mal sagen, Freunde. Das ist ein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.